Mehmet 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 was ist Ich hab doch vorher mit euch gespielt Zwei Runden Du spielst jetzt nicht mit denen Ich hab keine Ahnung wie lange Mehmet Ich kann morgen Warum lasst du mich Darf ich mit Erik spielen oder was Wer muss hier vertragen? Fertig Junge Sana Mehmet Wenn du das meinst ist doch egal Mehmet 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 Hat doch nicht mit der Schule zu tun Ich hab mit Erik spiel Nein Was hat das damit zu tun Man kann doch auch mal mit anderen Leuten spielen Junge Mehmet Man kann aber Trotz Man kann trotzdem mal mit anderen spielen Sei doch mal ehrlich Ich will mal mit Erik spielen Digga Mehmet Ich bin am Zusammensack zwei den ganzen Tag den ganzen Tag bei dir und morgen können wir auch spielen Nein Ja genau Deswegen Warum nur deswegen Die mit anderen Die mit anderen Freunde sind die Mit beleidigen Weil Familie beleidigen Alles machen Das ist doch Mehmet Ey Ey Ich spiel einfach nur mit PS4 Das ist doch nichts Schlimmes Das ist als ob ich jetzt mit einem anderen spielen würde PS4 ist nichts Hey Mehmet Das können auch wir beide machen Das ist Ich hab Man hat mehrere Freunde im Leben Man hat nicht nur einen Mehmet Ja Was Nochmal Was ist Lexy Lexy ist nicht da Die sind alle gar nicht da Die sind alle off Ja Nein Ich guck mal Okay ich geh nachgucken Ich kann das Micho schicken Du gehst nicht auf meinen Account Sag ich dir jetzt schon Das lässt du Warum aufregen Ich tu dir ja nichts Ich spiel einfach nur mit anderen Mann Wenn du meinst Ist doch egal Wir kommen doch trotzdem noch von Und wenn ich mit anderen befreundet bin Heißt nicht dass du da nicht mit meinem Freund sein kannst Wow Das ist so ne dumme Logik Dann nehm ich halt dich Mann Und Mehmet Aber ich kann doch trotzdem über PS4 mit ihm spielen Ich häng ja nicht mit ihnen ab Das mach ich nicht Ich nutze dich nicht aus Alter Schwächere ab Mehmet 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 Und wenn ist doch eigentlich auch egal oder nicht Man kann doch auf PS4 auch mit anderen spielen Mehmet der kommt in meine Party Alter Nein Da kann ich einfach Mehmet Ich versprich dir Mehmet ich versprich dir Mehmet ich versprich dir Wir spielen morgen wieder zusammen Okay Mann Nein Aber es ist einfach nur Scheiße für ihn Er ist auch nur ein Mensch Mehmet Mehmet Das macht Spaß man Es macht Spaß Ich hau dir auch noch einmal Ich hau dir alles ins Gesicht machen und los auch wieder Es macht Spaß Ne Warte kurz Ja warte Erich Mehmet Erich Mehmet droht Was ist er tot? Hat Mehmet dich stummt? Erich ja ne So Was ist Mehmet? Junge können wir doch machen Mehmet warte kurz Doch Warum? Stummst du nicht jetzt und reden zu werden? Ja Niko Was? Digga warum Stummt ihr die alle? Red doch einfach mit denen Nein Stummt der Larry Alter Gibt mich doch nicht Ja ok wartet Kommt einfach Dann Ja Ich kann alle kicken wenn ich will ne Ich bin der Boss Also ich mir geht die Party Ach du bist der Boss? Ich komme auch zu dir nach Hause und dann reden wir wieder der Boss Nein Nein Ey Leute ich mach's jetzt einfach scheiß drauf So Zufrieden? Digga ich geh nachher auf Jetzt kommt rein Komm rein Mehmet Spielen ist doch nicht schlimm Spielen ist doch nicht schlimm Ist ja ehrlich V V V V V V V Ehrenlos V Lerns 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 und Schalz eine Militär Sama und Erik Zufrieden Was für seine Ahnung hat denn jetzt von dir Digger Ey mal zu meinem Lied nennen Nö 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 gemacht, ich bekomme das... Was? Ey, Erik, wenn ich nachher aufgebe, will Erik mein Passwort ändern von meinem Account, ne? Hat, hat, hat hat immer gerade geschrieben. Sag einfach. Sag einfach. Jetzt lässt er er so er, so einer. Jetzt lässt er er so einer. Schreibt Erik gerade. Haaaah, Erik, man, ich lässt er nicht. Ich rede einfach nur mit dir, du hast einfach nur, echt, ich gebe zu, das ist echt egal, jetzt. Das war Susana, war okay. Alles klar. Mann, Leute, da einfach mal auf. Ja, 14 Nachrichten mal wieder. Geh doch einmal weg, komm. Ich hab, ne, ich hab nicht mal... Ich hab nicht mal mehr dein Account. Ach so, Erik, kann sein. Ich weiß es nicht, aber wenn du ihn noch hast, keine Ahnung, ich hab gesagt, du sollst dein Passwort ändern. Hä? Ach so. Mehmet, erpresst dich so oft dumm. Dann kann er dich nicht erpressen. Ach so. Ich verstehe jetzt, dass er, was er will. Ich soll ein paar Ja, das machen. Mein Passwort ist ja jetzt ein anderes. Oha. Hab ein. Hab ein Gold. Ja, chill doch mal kurz, Junge. Ich bin ein guter Mann. Ist es was? Wo seid ihr denn? Ich bin ein guter Mann. Junge, der Typ verfolgt mich die ganze Zeit. Ja! Ich bin ein guter Mann, wo ihr seid. Ich werde verrecken, Leute. Ich verkehren einfach. Nein, Mann. Ich bleib hier. Wir brauchen uns alle mit weg. Check, check, check. Ich kann nicht trinken. Ich hab das auch so sehr gerne. Ich hab alles ziel geholt. Ich hab das Team auseinandergenommen. Vor allem sind wir. Ich bin ein guter Mann. Ich werd ja nicht in gut. Hey, Nico, schau erst mir zu. Jetzt, glaub ich, äh, spannender, weil ich ein T-Tip bin. Hier ist ein Gehtner, hier ist ein Gehtner. Was? Wie holt er mich? Er holt mich, er holt mich. Alter, er holt mich. Ey, ich hab den so gut noch gehittet, ne? Zwei Hits. Ich war bis nicht von denen. Er soll ich mal Nut haben. Ja, da komm her. Ich bin nicht safe. Hier sind zwei, aber die finden mich nicht. Ja, jetzt. Ey, Mehmet, du wirst jetzt hart, aber leider von Erik, ne? Mehmet. Halt die Fresse, ne? Nico wohnt auch. Nico wohnt auch. Ja, Nico hat das gesehen. Nico hat's gesehen. Er war schon voll oft bei ihm, bei Erik, Alter. Ich bin nicht so oft bei Erik. Du warst aber schon richtig oft bei ihm. Nein. Alter, Mehmet, äh, jetzt schreibt Erik, sagt der Ickberg, sagt der Ickbergstraßenmann. Heul net, ist mein Ding. Heul nicht, ist mein Ding, schreibt Erik. Das ist ja unglaublich. Wo zieht die Hände hin, Mehmet? Aber du gehst dann auch nicht mal auf Heikendorf, ne? Hä? Als ob. Weiß ja, dass der ist. Warum quittest du mal jetzt? Schnell neue Updates. Ey Leute, Boogiebombenwerbewerb, schickt unseren Tanz über Twitter, Facebook oder Instagram mit Hashtag Boogiedown und vielleicht landet der Tanz sogar im Spiel. Ihr sollt'n Tanz machen, auf Twitter oder Facebook oder auf Instagram posten mit dem Hashtag Boogiebombenwerb. Ja, Newy-Live-Tanz und vielleicht landet der Tanzspiel. Das ist ein Beispiel. Mach mal mal. Mach mal mal. Mach mal. Was ist ein Move-Wog, Digga? Ich kann zwar tanzen, aber das krieg' ich nicht hin. Ja, mach einfach mal den Tanz. Ja, mach mal den Tanz. Ich glaub, das musst du Epicens den Rest zu tun. Und jetzt schreibt Eric, Go. Jetzt schreibt Eric zu mir, Go. Also, also, im Mainstream. Go. Ach, das war keine Blaubar. Burst. 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 Stoffen. Warum denn, Junge? Ich hab' Bock drauf, ne Rosonoren zu spielen. Ich kann nicht mehr lange, mehr mehr. Guck mal auf die Uhr. Wie lange darfst du? Ehrenlos wie Eric, Alter. Hä? Ehrenlos wie er. Wie? Alleine wie mit E. Wie mit ein E. Wie mit ein E. Y-Air. Ach so, das kann man nur nicht, das kann man nur nicht hier sagen, ne? Was? Was ist? Er schreibt Opfer, er schreibt, er schreibt Opfer im Mainstream. Wie melden? Weiß ich. Ey, das kann ich auch machen. Ich kann noch was erstellen. Ich kann noch was erstellen. Ich kann noch was erstellen. Doch, dann kann ich immer nur noch sagen, was du... Jetzt hat der Victor geschrieben. Bis fünfmal auf den Kopf gefallen. Oha, Eric. Ja. Soll er Mehmet, wer? Niko schreibt so, wer? Soll er Mehmet? Wer? Niko schreibt so. Und Niko schreibt dann so, wer? Meils. Erich? Meils. Ich weiß. Soll er Mehmet, Meils? Bin ich ja nicht. Bin ich ja nicht mal. Erik ist während seiner Geburt offen ausgefallen, die gar seinen Arsch nicht mehr geht. Nico, herrschig dumm. Fragezeichen. Rinder. Falsch. Für was was Erik schreibt. Erik, komm, truth is, schreib was. Ich weiss. Oh, joggt mich nicht. Erik, schreib was. Komm, zieh durch. Nur nur 10 Minuten. Ja. Was darf ich mir denk mal? st die tippen hallo ja Hashtag Airstag Till in den Kommentare Und wer Pump Mimed Haben wir Streit Oha Oh Leute ich bin gerade so abgelenkt Ich bin gerade so abgelenkt Okay gut Nein Was willst du von mir Und ich bin nur du Wer bist du Mimed Warum schreibst du Wer bist du Sama ich hab mir ich nehm ich nehm du auch noch Materie ich schon oh ne Ehre komm doch Digger, kassier aufs Maul Nein Erik, baue schon mal eine Arena auf, Alter Baue schon mal eine Arena auf Ja, weil ich rausgekommen bin Okay, gern Okay, gern Gerne Erik, Digger, ich schwöre Erik, ich schwöre nur einen Fuß auf Wenn du einen Fuß auf meinen Auf meinen Boden setz Das ist ein schluckiges Bomben Freitag, komm, zu dir Okay, komm doch Freitag, komm zu dir, ich zu dir Egal, ich bin auch so gut dabei Ich bin auch so zufrieden Erik, Erik, Freitag, 13 Uhr Erik, 3 Tag, 14 Uhr, Wasserturm, okay Wasserturm, okay Ich mach mit Lass alle free for all machen Oh shit, ey, Nicole ist mal auf Salah geschrieben, aber ich mach mit Lass alle free for all machen Ja, alle gegen alle Junge, Digger, kriegt da Sana jetzt, eh? Erste Schresse Wer ist noch mein Haus? Hab ne Tactical bis jetzt Hab bis jetzt nur eine Tactical in Blau Ich geh mal ins Bomben Äh, ach, da geht mein Blau schon hin Mehmet, lootest du und, ich lootest du Keller? Ja, okay Ja, aber ich muss absolut schon Wait Ich hab keine Waffe Sturmgewehr, nice Ich will mal jetzt Bomben 13 Uhr Wasser Turm, Freitag Ich will mal jetzt Bomben 13 Uhr Wasser, Turm, Freitag Wochenende Wochenende Beziehungsweise Fähre Haha, das war Spaß Hab ne Waffe für mich Ich hab ne Waffe Ich hab ne Waffe Ich hab ne Waffe Ich geh aus, ich geh, ich spiel hier, ich geh Bricks Geweck mit mir Okay, ich geh das Ich geh in die Mitte Ich geh Bricks Ich geh in die Mitte 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 Wein bitte nicht Oha Ey, Nico, weiß noch, wo Erich sich gegen Erich Ich geh in die Mitte Das schwul meh, ne Ich zeig Was? Zeig mich auch nicht an Zeig mich da nicht an, alter Ach, der ist ne Waffe für mich Zeig mich auch nicht an, net an Oh mein Gott, Juck, Juck Juck Nein, Mann! Ich hab auch gekassiert, Mehmet. Ich hab' ein Problem. Ich muss von oben kämpfen, wer kommt mal in den Haus? Ich guck zu. Fahr von Lapp. Bist du gefickt, Digga, die kommt rein, oder? Mehmet. Wollen wir auf Mehmet irgendwann. Mal jetzt einer. Oh, nein. Ich hab' ihr Minutes. Ganz, ganz, ganz. mit mit einem dritten aufstehen wurde seine Eltern sagst du ha ha und du gehst auch doch um das nennen sie dann der die er sagt er ist schon ja ist so ne die jahre m er geht Eric Hab kein Hab halt kein Daddy Er ist kümmer Er ist kümmer Daddy, der sich kümmer Oha Was hat Eric da geschrieben? Hab halt kein Daddy Er ist Der sich kümmer Okay, wein ich Wir sehen uns gut Wir sehen uns gut ist Was schreibt Eric da für scheiße Warum streitet Warum streitet ihr eigentlich Alles Klar Kannst nett lesen Kannst nett lesen Kannst nicht lesen Fragezeichen Eric Du konntest du etwas an der Geburt nicht lesen, Alter Kannst nett lesen Das tätet Wo geht ihr hin? Ich bin tätet Ich geb Riggs Okay, oben ist einer mit ner Schrot direkt Ich bin Gäller Ich bin Geht Wie Ich bin jetzt kann ich nicht mehr den laufe ich er hat eine aber finde ich mich nicht okay noch ein Tiki verlöscht zwei ja unten ja und da ja da nico einer ist genau, Mehmet geh hilf nico und Mehmet wer liegt bei seiner Gefurt? Mehmet der ist one shot da ist noch einer Busch Bricks 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 links vor dir aus ja get Bricks, get Bricks, get Bricks ah da bin ich schweb mir mit die hat eine MPG, Mehmet Schach die hat eine MPG, Mehmet mit und die 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 Ich will auch landen uns. Was wollte PSL? Was wollte das? PLS? Please. Komm. 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 Komm mal Mehmet. Lass es klären. In die Party? Ja. Outsch. Oh. He he. Okay. Dürfte ich bitte einmal ganz kurz etwas sagen und zwar, ich verstehe nicht, warum wir jetzt auf einmal noch offen sind, es war eigentlich total dämlich, weil Luis, Sam und ich waren in der Party und dann wollten wir so Malz verarschen und so, ich will auch gar nichts mehr mit Malz machen, so weißt du, soll ich auch gar nicht von meinen Eltern und nur das Ding ist, ich war halt drin und dann haben halt im Livestream so Scheiße reingeschrieben und so, also wir wollten Malz so ein bisschen ärgern, aber dann hast du direkt geschrieben, ja du machst wieder was mit Erik, ich mag Erik nicht mehr und jetzt auch einmal so, Weißt du, ich verstehe es einfach nicht, es ist eigentlich total dämlich Ja, ich wollte es dir ja die ganze Zeit sagen, aber ich dachte, du bist nicht aggressiv oder so Und warte mal, ähm, warum, ähm, hast du, oder, ähm, ja, wieso hast du zu ihm gesagt, ähm, 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 dings hier, ähm, karte, warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Ja, warte, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Mit dem, äh, hier. Nein. Nein, ich glaube, mit, nein, ich habe auch keine andere. Also, ich weiß nicht. Also, ja, auf jeden Fall, ähm, was ist jetzt eigentlich was für wem, sondern... Mal jetzt, äh, da rein. Ja. Aber ehrlich, warum ist das, wenn du bei mir warst du immer wieder einfach aus? Weil, guck mal, ähm, da, ähm, ist es ja halt so, ich kippe, du, und warum machst du jetzt so faul, warum guckst du jetzt in der Mikrofon? Ja, äh, ich fände an, aber irgendeiner hat in deinem... Ja, irgendeiner hat in deinem... Ähm, also, ähm, das ist ja so gewesen, wir haben ja zu dritt gezockt. Und dann, äh, bist du einfach gegangen, ähm, und dann habe ich halt gesagt, es ist faul, weil, ja, weil man halt einmal geht, ähm, und wir hatten halt dabei... ...gezockt und so, und dann hab ich gesagt, er ist faul. Und jetzt? Ja, fast. Ja, fast. Ja, aber warum bin ich... Warte, Nico, ich möchte dich da jetzt nicht mit reinziehen. Ich hab auch nichts gegen dich, aber warum bin ich jetzt in deiner Sicht in V? Also, warum machst du mich jetzt aber manchmal? Ich hab mich gehört. Ja, doch. Du sagst aber die ganze Zeit, was willst du jetzt, Erik, und so? Das versteh ich jetzt nicht. Wie darf ich das nicht sagen? Oh, nee. Nee, ist das nicht, aber... ...das ist auch geändert. Haha, Nico, nee. Sei so mal leid, Freitag, das Trennen geht immer noch hier, ne? Ich will dir so schön aufs Maul hauen, dass du nie wieder deine Klappe vorne aufmachen kannst, Alter. Ich schwöre es dir. Blum, blum, blum. Äh, was ist nun mal gesagt? Ich hab das nicht verstanden, Story. Ich? Ja. So. Aaaaaaah! Puh, puh. Puh, puh. Mu, puh. Ach, nee. Ehhh. Duck, Mei. Ehh. hört an DC... Alter, Mei... Bist du fünfmal oder zehnmal auf den Kopf gefallen? Ehh... Gar nichtmal, du? Nee, auch nicht. Ja, gut. Erik, du warst schon, dass du einen Scherz mit den Schlagen, ne? Ja, 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 war Scherz. Für mich aber nicht. Ich komme trotzdem Freitag zu dir, ne? Ist mir so egal. Wie willst du reinkommen? Ich finde, ich frage mich mal so. Ja, schön. Das sagst du eh nur so. Ich wette mit dir. Dann komme ich jeden Tag zu dir, bis du aufmachst. Ist mir so egal. Ich komme sogar meinetwegen zu deiner Schule. Willst du deine Ex-Freunde besuchen? Willst du deine Ex-Freunde besuchen? Wen? Ey, Janina. Maid, sei du mal leise. Du meinst es zu mir, du bist nur Schule gewechselt, weil Janina auf die Schule gegangen ist, du Opfer. Ja, damals. Damals. Ja, damals. Ich war in der zweiten Klasse mit ihr zusammen. Also, sei du mal leise, du Opfer. Du bist in der vierten mit ihr zusammen gewesen. Dann sag mal ganz schön leise. Dritte. Dritte, vierte. Ja, und ich war zweite. Einer, Janina. Kennst du Leon Richter, Erik? Nee, ne? Leon Richter, nee. Der ist jetzt mit dir zusammen. Ganz normal, wie sie kämpfen wollen willst. Das juckt mich nicht. Miles, mich interessiert Janina nicht. Mich interessieren keine Mädchen mehr, weil alle Mädchen Opferkinder sind. Sie denken, die werden die geilsten. Das ist alles. Ich war nicht los, Kiel. Die ist jetzt mit dir in der Opferkinder. Halleluja. 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 Die was? Neue Pump, Mann. Neue Pump. Neue Pump, Digga. Oh mein Gott, dieses Leben. Was? So. Weil ich den geil finde. Ich kenne den so geil. Silvana, kommst du rein? ich bin da auf die führte er warte man sagt ja warte wir kommen einfach zu mir auf der Kälte ich auch ach spiel ich bin gerade zu viel ich bin gerade Solo ich hab nicht mal viel zeit deswegen ja schön das wirkt mich auf jeden fall nicht mal jetzt weil jetzt dürfte ich mal fragen warum wir jetzt auf einmal wieder in der party so auf ich bin ganz unschuldig tust ich soll jetzt eigentlich alles geklärt oder nicht warum ich kann einfach nicht leiden nach der scheiße dass er alles abgezogen hat und warum haben wir denn gerade eben mit ihm abziehen alle schon dings wollten ja wollten ihn doch verarschen wir haben das doch nicht du hast den stress angefangen theoretisch stress angefangen dass ich ihn ausgebobst hat angeblich auch nein junge das hast du ja nicht mal so mal jetzt tun wir nicht so alter ach so ja das ist doch kein jung der diesen finger nach steckt freiwillig ins arsch doch alter wie eklig ist denn das das habe ich nicht mal gemacht ja ich hab's ja gemacht bei dir angeblich hä was für scha- was meinst du ein finger in den arsch oder was oder meinst du das andere nein das war ein scherz und du gesagt hast doch war es war aber nicht jetzt auf einmal ne ich sag doch immer an der schule dass das ein scherz ist aber alle anderen glauben mir das nicht ich bin ja nicht tun jeden menschen das ganze auswecken Oh ja! Yo! Mashallah! Letzt rum! Letzt! Next! Letzt rum! Hey, wir haben ein random teammate in der Runde, ne? Anna Masaghi! Ich hab' anders Kills, anders Kills! Ich hab' Nikos vor uns drin! Nein! Schau dir, Nora, Kaden, Waffelotte! Ähm, kann! Ist einfach eigentlich so was zu machen! Bitte machen, die Dings zu machen! Das packen wir gerade auf müssen ab! So, du hast uns saved über 30 Minuten. Nee! Hat mal eben kurz, ähm, der Profi-Youtuber... ...geendet und hat dann... ...nicht mal! 30 Minuten! Alle 30 Minuten neun, alle Stunden neun! Na, ich hab' einmal draufgedrückt! Kommt hier rein, Leute! Warte, mein Name, alle! Nach der Runde mach' ich Stream weg! Weil ich nach der Runde eh auf muss, denk' ich mal! Das war's mit den Leuten! Ich hab' drei Kids grad' im Stream! Ähm... Keine Ahnung! Sag' ich holen, sag' ich holen, sag' ich holen! Sag' ich holen, sag' ich holen! Ich muss noch... Sag' ich holen! Nein! Erik, sag' wer das ist in real life! Du kennst den eh! Du sag' den eh! Die Lisa! Die zuguckt! Wer ist das? Guckt die grad' wieder zu? Nein! Keine Ahnung! Wir guckern' irgendwer zu! Hallo? Ich kenn' die nicht! Ich... Ich hab' mal mit der geschrieben! Wir haben einmal so'ne Lisa ge... Ja, total! Ich kenn' die nicht mehr! Ich kenn' die nicht mehr, Alter! Das ist eigentlich so eine Zuschauerin! Die hat mir einen Zuschauer... Das ist... Hä? Die ist 16! Die ist 16! Ja und? Ja, die ist 16! 12 hat nicht meine erste Freunde wieder! Ja! Das ist mir peinlich! Was? Wie alt? Sechs? 12! 12! Maja! Ey wie hieß sie? Maja! Majaaaa! Maja! Es ist... Sana jetzt... Ja! Häh! Me? Echt jetzt? Maja! Ganz... Ganz kritisch! Was hab ich mal mit der abgerechnet? den Lassorten der Städte und die Gäste die Gäste die Gäste die Generation um die Gäste ich bin ein ganzes hat sich die Gäste die Gäste die die eine Runde schaffst du ich habe auch gerne an weil es gibt ich habe es auch am Start der Gap auch die die Klinik der Kompromiss Prozent er ist noch ein bisschen das haben wir jetzt noch das neuer und zu einer der ich noch mal in Frieden der Ecke und die Schmerzen der Ecke ich mache es ab Okay, Erik, wir machen uns ab, okay? Wer länger in Marine überlebt. Malz, du kriegst doch eher Arsch. Nein. Hä, Marine? Was soll denn dann sein, Malz? Erik, Erik, komm runter. Komm runter. Warte. Ey, mach nicht v. Hier ist so eine v-frau. Hier ist so eine v-frau. Richtige Eselbumserin. Guck mal, Nico, hier wird direkt alles abgeschossen, Alter. Richtige V, Leute. Ich will... Ey, Nico, du bist so ein v-guy, Alter. Nico, schieß die runter. Ich muss pissen, ja, 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 ja. Ey, Nico, wir haben auch gleich einen Tanz gemacht. Ja, ja. Bla, bla, bla. Hab ich nicht. Eins, zwei, drei. Wegflip. 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 Muss da wegfliegen, Digger. Zuviel Krieg. Oh mein Gott. Drei, vier Stück. Jump back the place. Und ab in die Sohn. Lass mal zählt es. Hey, ich. Ich auch. Ich bin eh der beste Spieler, eh und rechts. Ey, Leute. Lass mal, ey, lass nochmal Marcel fragen. Eric, wusstest du, dass Marcel... Marcel kommt nicht mit. Marcel, die kommen alle nicht mit. Warum denn ich... Marcel, die kommen alle nicht mit. Ich sagte, die werden nicht mitkommen. Herr Marcel ist gar... Herr Lukas ist nicht mal hier. Herr Lukas ist in Barcelona mit seiner Mannschaft. Ja, voll ist das schon. Dann ist man auch nicht in Lerri. Warum? Weil Marcel ist bei der mit. Oder? Herr Marcel ist da. Marcel und Lucas sind nicht in einer Mannschaft. Marcel und Lucas sind nicht in einer Mannschaft, ne? Was ist? Nein, nein, Lucas spielt bei Probside. Lucas spielt jetzt bei Probside-Torwart. Einer hat es richtig scheiße, mein Marcel und Lucas. Alle haben sich beschäftigt, oh einen Trainer. Der war richtig streng. Wer? Egal, wer hat denn ein komisches Geräusch. Ey, Leute, denkt ihr... Ey, Leute. Leute, ich hab neun Lenkrakettenwerfer direkt aus erster Kiste. Ich mach... Leute, ich mach gerade Livestream, ne? Ich und meine Taten vorhin. Ey, drei Kids hab ich noch. Ich hab drei Kids und noch zwölf Gehtner, Leute. Zwölf Gehtner. Ja, ja, hat die auch gemacht, aber... Das ist echt so. Sein Headset ist richtig komisch, das neue, ne? Ich glaub, das hat nicht schlechten Sound, aber er hört sich komisch an, oder? Oder seid ihr an einer anderen Meinung? Es ist so... Hey, ich hab doch... Ich hab gebaut! Ey, von hinten hab ich aneinander eine Burst geholt, Leute. Ich bin down. Von hinten wird es schießt er mit dem Burst ab. Es trifft mit Burst alle Hints. Ich bin down. Ich bin down. Mal, du redest... ...mehr... 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 Ey, und jetzt verrechtert der Typ auch noch. Ja. Ey, Leute, ich geh auf, ne? Haut rein. Ja, egal. Bis morgen, ne? Ja. Ich komm auch morgen. Ey, lass doch... Leute, lass uns... Wir machen uns ab, okay? Leute, Leute, wir treffen uns morgen um, ähm... Wir treffen... Wir treffen uns morgen um neun... Bei, ähm... Alter, ne? Ähm... Geh mal abtreiben, Alter. Geh mal den Schreckfaden abtreiben. Nein, ich wollte sagen, um... Wir treffen uns morgen um 13 Uhr. 13 Uhr. Leute, 13 Uhr auf dem Hof bei Nico. Auf dem Hof bei Nico da. Okay, äh... Meil, wir machen das so... Ich hol dich ab und ihr drei geht Nico und Jana und... Ach, Mann, das will ich nicht. Aber ich bin... 13 Uhr. 13 Uhr. 13 Uhr. 13 Uhr. Ich bin zu dritt. Ich bin zu dritt. Mehmet, dann hol mich morgen ab. Mehmet, hol mich ab. Ich bin zu dritt. Ich bin zu dritt. Ich bin zu dritt. Ich bin zu dritt. Ich bin zu dritt.